Bei Supreme ging es halt immer viel tatsächlich um so einen, das meine ich vollkommen positiv, um so einen Hype-Moment. Wir gehen mal rüber zu Frage Nummer 2. Der Verkauf von Supreme an Essilor Luxotica ist eine riesige Chance für die Marke. Also, was Positives. Würdest du dem zustimmen, Ferbs? Wir sind von 2,1 Milliarden US-Dollar, die VC damals ausgegeben hat, um Supreme zu kaufen, auf 1,5 Milliarden US-Dollar runtergegangen, die jetzt Essilor Luxotica bezahlen mussten. Das heißt, VC hat, wenn man das jetzt gegeneinander stellen möchte, man rechnet ja nicht mit den Gewinnen, die umgesetzt wurden, sondern halt tatsächlich mit den jeweiligen Ausgaben. Also, von daher, das ist jetzt auch nicht eine Rechnung im Sinne von, die haben jetzt 600 Millionen einfach verloren. Aber natürlich ist der Verkaufspreis gerade niedriger als der damalige Einkaufspreis. Und trotzdem, sagt die Stimme in dem Fall, ist das eine riesige Chance für die Brand? Boah, definiere Chance. Also, für mich zeigt es schon, oder ist es für mich eine Bestätigung, dass Supreme nicht mehr ganz so cool ist, wie... Definiere cool. Ja, guter Punkt, ne? Touché. Nein, für mich ist es halt einfach Bestätigung, dass jede Brand ihre Zeit in der Sonne genießt und dann auch irgendwann mal eine Talfahrt durchmachen muss. Das war ja bei Stussy so, als Sean Stussy gegangen ist, dann wurde Stussy ja eine Mall-Core-Brand und mittlerweile, so in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren, hat Stussy es dann, wie gesagt, ohne Sean geschafft, es wieder so ein bisschen in dieses coole Geschäft zu schaffen mit diesen Seasonal Drops, ne? Wöchentliche oder alle paar Monate einen neuen Drop zu droppen quasi. Das war eine Zeit lang gar nicht so bei Stussy. Das war eine Brand, die hast du in einer Mall gekauft, ich weiß jetzt nicht, ob es im Alexa erhältlich war, aber in so einer Mall hat man halt in Amerika Stussy gekauft. Stussy war gar nicht mehr cool. Das war so die Brand, die halt die Älteren getragen haben, als sie jünger waren. Die Älteren getragen haben, als sie jünger waren. Also so die Eltern getragen haben. Ich sehe Supreme nicht ganz in diese Richtung driften, aber schon so, es ist kein Must-Have mehr. Die Drops sind kein Must-Have mehr. Die neuen Season-Previews sind für mich zwar noch einigermaßen interessant, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man, oh, oh, Supreme hat jetzt ihren Season-Preview gedroppt oder hier sind die ganzen Accessories und so, ne? Man ist nicht mehr, oder ich bin zumindest nicht mehr sofort auf der Seite und guck mir alles an. Vielleicht gibt's Leute, vielleicht du auch, ne? Vielleicht gibt's Leute, die sich immer noch viel mehr für Supreme interessieren, aber ich glaub, im Großen und Ganzen zeigt dieser Riesen-Marktwert-Drop, dass der Markt sich nicht mehr ganz für Supreme interessiert oder dass der Hype sich halt so ein bisschen geschifftet hat. Und wie gesagt, der Hype ist ja aus dem Sneaker-Game ein bisschen raus. Vielleicht ist der Hype auch aus dem Apparel-Game oder aus dem Streetwear-Game insgesamt so ein bisschen raus, weil es jetzt so viele Optionen gibt. Es gibt viele Niche-Brands, ne? Es gibt zum Beispiel, wir haben ja viel über Running-Clubs und so geredet. Es gibt in London UVU oder UWU, ne? Und die machen ja auch alle paar Wochen einen Drop, wo man Passcode zugeschickt bekommt. Der Drop ist nur 24 Stunden live, dann ist alles offline. Oder Cortez rules the world. Das sind so die cooleren Brands jetzt. Das sind die Street-Brands. Und Supreme ist halt einfach in den letzten Jahren zu Mainstream geworden. Auch wenn die Kollektionen nicht Mainstream geworden sind. Und Supreme ist halt einfach Mainstream geworden, weil sie sich an V-Corp verkauft haben. Und jetzt halt an, wie heißen die? Acellior Loxotica, ne? Also für mich ist Supreme einfach nicht tot, aber halt nicht mehr ganz so street und cool und authentic, wie es vor ein paar Jahren war. Und das zeigt sich jetzt einfach in dem Preis. Ist es eine Chance, dass die jetzt verkauft wurden? Also, ich glaube, ich tue mich auch schwer mit dem Wort Chance, weil ich weiß gar nicht, ob Supreme überhaupt eine Chance braucht. Denn die Frage ist ja auch, von welchem Standpunkt man sich das anschaut. Also, du bist Supreme, bist eine kleine, coole, angesagte Skater-Bude aus New York, gibst einen Scheiß auf alle. Und gerade auch durch diese Attitüde, plus eben, dass ganz viele Asiaten den Scheiß auch mit rübergenommen haben und wir wissen alle, wie cool Asiaten sind. Ist das Ding halt irgendwie größer geworden. Und dann war es so dieses Auskenner-Ding. Du kamst nicht so dran und dann war es auch viel mit den Drops, etc., pp., und so weiter und so fort. Bei Supreme ging es ja nie wirklich um Qualität. Es war jetzt nicht so, dass die die krassen, gefertigten Teile gemacht hätten. Bei Supreme ging es halt immer viel tatsächlich um so ein, das meine ich vollkommen positiv, um so ein Hype-Moment. Wann kommt der Box-Logo-Hoodie? Wann kann ich representen? Wann kommt das nächste absurde Gimmick? Wann kaufe ich mir einen Boxsack, eine Flipper-Maschine, einen Stuhl, einen Radiergummi? Was weiß ich, ich habe ein Maßband von Supreme. Also, das waren ja so dann die Dinge. Und die gibt es ja immer noch. Und klar, mal gefällt dir eine Kollektion besser, mal schlechter, mal gefällt dir das, was der Creative Director macht, besser als das, was der andere macht. Mal triggern dich die Kollaps. Ich weiß, ich bin zum Beispiel extremer Fan von den ganzen Anti-Hero-Kollaps, weil ich die Brand-Anti-Hero einfach so mag. Die juckt ja kaum jemand. Oder zum Beispiel, als sie eine Kollaps mit Slayer gemacht haben. Ich fand die wahnsinnig geil. Hat auch kaum jemand interessiert. Dafür gibt es aber wiederum andere Kollaps, die direkt sold out sind. Und auch die letzten Kollektionen, gerade wenn ich zum Beispiel an Fall Winter 23 und auch an Spring Summer 24 denke, da ist schon wirklich viel schnell ausverkauft gewesen. Selbst, wenn ich sage extra selbst, so eine Core-Brand-Kollab wie mit Toy Machine. Selbst die war fast ganz ausverkauft. Ich glaube, hier und da konnte man nochmal so diese Lederweste kriegen, diese Motorradweste, die natürlich auch ein bisschen spezieller ist vielleicht. Aber wenn man das von dem Standpunkt anschaut, naja, dann lief doch gut. Und ich glaube, dann macht es auch keinen Unterschied, wer eigentlich in der Hinterhand dein Geldgeber ist. Ob das jetzt halt irgendwie VF ist, die halt noch irgendwie Dickies haben und The North Face und halt einfach am strugglen sind und sagen, okay, welche Brand können wir für gutes Geld abgeben, damit wir unsere Zahlen bereinigen. Oder wenn das halt einer der größten Brillen-Optiker-Hersteller halt ist, die auch einfach, ich glaube, die haben Oakley mit dabei, die einfach huge sind und die einfach auch die Kohle haben. Und ich glaube, ehrlicherweise, es wird sich einfach nichts ändern. Und dann kann der eine jetzt sagen so, ja, geil, weil mir gefällt es. Und der andere kann sagen so, ja, scheiße, weil mir gefällt es die ganze Zeit nicht, dann wird sich ja jetzt auch nichts ändern. Also es kommt ja auf den Standpunkt an. Und ich glaube, wenn du James Jerby ja bist, naja, dann hast du eh deinen, beziehungsweise, wie sagt man, dein, dein, ähm, nicht deinen Segen gegeben, sondern deinen Frieden damit gemacht. Das würde ich sagen. Deinen Frieden damit gemacht, dass du halt einfach krasser Unternehmer bist, der die Brand halt einfach aufgebaut hat und jetzt abgecashed hat. So, ich weiß nicht, ob der in einem Geldspeicher sitzt und mit Geld schmeißt wie Dagobert Duck oder ob der einfach sagt so, ja, paid my dues, hab's verdient, alles cool, kann ich nie einschätzen. So, ey, James, wenn du es hörst, komm an einen Podcast, lass uns darüber quatschen. Aber das ist halt immer so der Standpunkt und Leute, die Supreme nur cool fanden, weil es Underground war, die hören halt auch nur Bands, bevor die zweite Platte den Durchbruch bringt. Und das ist fair, das ist vollkommen in Ordnung. Ich war immer an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so, ja, schon irgendwie cool, wenn du was von ganz Anfang mitnimmst. Und das war ich bei Supreme beileibe nicht. Also es ist jetzt nicht so, als wenn Supreme sich gegründet hat, 94, und ich dann halt irgendwie zwei Monate später schon wusste, was da abgeht. Aber natürlich, die Brand jetzt schon auch ein bisschen länger mag und feier. Aber ich bin dann eher so, dass ich sage, ey, solange das irgendwie, und das ist natürlich subjektiv, aber solange ich die Sachen noch cool finde, freue ich mich doch, wenn es cool läuft und groß wird. Und den Rest kann man dann auch meinetwegen antizyklisch machen. Gerade läuft jeder mit Supreme Box Logo-Hoodie rum, ja gut, dann ziehe ich halt was anderes an. Als alle mit SB-Dunks rumgelaufen sind, habe ich mich im Großteil gefreut, weil ganz viele Leute auch meine Liebe ja geteilt haben. Gut, da gab es auch noch ein paar, die einfach nur mitgelaufen sind, was ist ja auch in Ordnung, das gibt es ja auch immer. Aber dann habe ich ab einem gewissen Punkt gesagt, ich ziehe jetzt aber was anderes an. Weil wenn ich immer dasselbe sehe, dann langweilt es mich irgendwann, ich ziehe was anderes an. Aber deswegen habe ich ja nicht gesagt, so scheiß auf Nike SB und ich verkaufe jetzt alle. Ja, es ist ein guter Punkt auch, weil ich glaube, dieser Wert, diese 2,1 Milliarden und 1,5 Milliarden, die sind nicht subjektiv. Aber ich glaube, der Wert einer Brand im allgemeinen Sinne ist subjektiv. Also diese 1,5 Milliarden waren, also Supreme war halt VC und Logo-Hoodie einfach so viel wert, weil die, was weiß ich, für Zahlen geschrieben haben und VC das Geld gebraucht hat oder die einfach nicht mehr managen wollte, keine Ahnung. Die haben gesagt, okay, uns ist Supreme so viel wert, wir akzeptieren das Angebot. Aber einem krassen Supreme-Fan ist Supreme vielleicht genauso viel wert wie vor 10, 15 Jahren, als die Underground waren, wie du gesagt hast. Und nicht im monetären Sinne, sondern eher im Coolness-Faktor. Und andere sagen, naja, ich finde es jetzt ein bisschen zu Mainstream oder mir gefallen die Kollektionen jetzt einfach nicht mehr so gut oder die Stückzahl ist mir jetzt zu groß geworden. Und ich möchte hier mein Geld damit machen, weil ich ein Reseller bin, keine Ahnung, deswegen ist mir Supreme einfach weniger wert. Wie du gesagt hast, ich glaube, es ist einfach subjektiv. Diese Wertdefinition ist eine ganz wichtige, weil da wird sich auch mal wieder drüber gestritten, wenn jemand exorbitant viel Geld für einen Schuh ausgibt. Und jetzt sagen wir mal, 2.000 Euro sind einfach viel Geld. Punkt. Aber jemand ist bereit, 2.000 Euro für einen Turnschuh auszugeben. Ist dieser Schuh das wert? Und dann sagen die Leute immer so, ja, aber der wird ja für 4,90 Euro irgendwo hergestellt. Das ist natürlich nicht wert. Aber das ist nicht die Frage bei der Begrifflichkeit des Wertes. So, du kannst einen nostalgischen Wert haben. Du kannst einen ganz subjektiven, persönlichen Wert dahinter haben. Du kannst alles Mögliche haben. Und wenn du sagst, du bist bereit, 2.000 Euro dafür auszugeben, dann bist du bereit, 2.000 Euro dafür auszugeben. Und damit definiert sich dann schlussendlich eben der Wert auf dem Markt. Ist ja klar, ein Schuh, jemand sagt 2.000, dann ist der Schuh 2.000 Euro wert, wenn es nur diesen einen Schuh gibt. Wenn jemand nur 500 Euro ausgibt, sind es 500. Wenn jemand 5.000 Euro ausgibt, sind es 5.000. Aber der Wert, der ist ja immer noch der, den du dafür definierst. Und wenn du nicht bereit bist, also sagen wir mal, 2 Leute wollen einen Schuh, und der eine sagt 2.000, der andere sagt 500, naja, dann kaufst du ihn halt nicht. Ja. Weil jemand anderes den halt eben kauft. Dann ist der das dir eben nicht wert. Genau. Aber immer so dieses objektive Wertkonstrukt hinzustellen, halte ich einfach für schwierig, weil wir sprechen über Produkte, die nun mal eben auch emotional aufgeladen sind. Und schlussendlich, wenn es einfach nur darum gehen würde, dass wir uns Gummi, Leder und Synthetik an den Fuß packen, damit wir bequem damit rumrennen können, naja, dann bräuchten wir halt nichts von all dem, über das wir gerade reden. Und der andere Punkt ist ja auch, natürlich ist das ein schmaler Grat, den man geht. Und natürlich ist es so, dass man irgendwie, wenn man jetzt das Beispiel Stussy nochmal heranzieht, sagen würde, jo, jetzt gibt es in der Mall, jetzt kann es wirklich jeder kaufen, jetzt kaufen das auch nur Leute, die keine Ahnung von der Brand haben. Natürlich kann ich schon nachvollziehen, dass man es dann nicht mehr so abfeiert. Aber ich glaube, dieser Schritt ist erstens bei Supreme gerade nicht. Und zweitens geht damit ja auch einher, dass eine Brand häufig an jemand anderen verkauft wird. Wir haben das im Skateboard-Business um die 2010er gesehen, wo Brands weiter existierten, aber nichts mehr von dem Founding-Team hatten, die einfach wegverkauft wurden an andere Marken, die gesagt haben, so, wir haben jetzt die Kohle, wir machen jetzt damit Kohle und das hat nichts mehr mit dem Kern zu tun, mit der Core. Das ist bei Supreme ja jetzt nicht der Fall. Es ist ja nicht so, als ob jetzt irgendwie James Javier gesagt hat, so, ey, ich gebe euch jetzt die Marke und alles, was damit passiert ist oder das Team oder auch ich selbst oder so, ziemlich komplett da raus. Klar, es gibt immer Wechsel in den Creative Directions, aber trotzdem ist es ja ein bisschen was anderes, als einfach zu sagen, ey, Fabs, hier, nimm mal meine Marke, ich bin jetzt raus, mach damit, was du willst. Du willst hochskalieren, gehst in irgendwelche Supermärkte oder sonst irgendwie was und da steht nur noch der Name drauf und sonst hat das gar nichts mehr damit zu tun. Das ist ja in dem Fall noch nicht gegeben. Und krass muss man auch sagen, dass Düssi das hinbekommen hat, sich da wieder rauszuziehen und das war ja wirklich auch, ich glaube, da können wir mal eine ganze Podcast-Episode zu machen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr dazu eine Podcast-Episode hören und sehen möchtet, können wir echt wirklich mal aufsetzen. Fände ich ein ganz spannendes Thema eigentlich, gerade auch so die einzelnen Brands nochmal genauer zu beleuchten. Aber das ist ja eine Mammutaufgabe gewesen, im Endeffekt zu sagen, yo, wir haben verstanden, wir sind irgendwie uncool geworden, lass mal zurückgehen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es Leute da draußen, auch das, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Die einfach sagen, ey, ich bin bei Supreme, ich war Fan, aber jetzt finde ich es halt scheiße und bin raus mit zum Mainstream, jeder Dulli rennt damit rum. Aber ich glaube, die Zahlen sind auch schon wieder ein bisschen vorbei. Oder juckt mich halt auch einfach nicht mehr. Klar, Geschmäcker sind verschieden, dafür ist es da. Ich sehe es nicht als Chance. Ich glaube einfach, es wird sich nichts verändern. Und das kann man, das ist jetzt wertfrei gemeint, da kann man jetzt sich freuen oder traurig drüber sein. Aber ich glaube einfach, es wird sich dadurch nichts ändern. Ja, stimmt. Punkt aus. I agree.